Alle zwölf Jahre steht Italien in einem WM-Finale. 1970 haben sie verloren, zwölf Jahre später, 1982, haben sie das Endspiel gewonnen. Wieder zwölf Jahre später hat Italien das Finale gespielt und verloren. Wieder zwölf Jahre später, 2006, haben wir gewonnen. Nochmal zwölf Jahre später, 2018, wird Italien das WM-Finale erneut verlieren. Und 2030 werde ich dann Nationaltrainer sein.